Jetzt hab ich dich. Moment, Moment, du darfst mich nicht angreifen, der Spieler hat grad das Spiel pausiert. Du denkst, du kannst mich beklauen und einfach davonlaufen, oder was? Das war doch nicht ich, das war der Spieler, der gemeint hat, dich zu beklauen. Das ist mir jetzt egal. Bist du neu, oder was? Wenn der Spieler das Spiel pausiert, dann dürften wir uns nicht bewegen. Den ganzen Weg zurück zu den Minen, ne. Und außerdem will ich dich kalt machen. Hey, das darfst du nicht, spinnst du? Willst du rausgepatcht werden, oder was? Mir doch egal. Aua, sag mal, spinnst du? Du hast es gegen das Gesetz gebrochen. Was soll denn passieren? Hey, was ist hier los? Gott sei Dank, der Game Master ist da. Wer hat dir das angetan? Er! Du Verräter! Weg mit dir. Moment, ich will mich doch... Und du musst geheilt werden. Ach, danke. Scheiße!